Claudia, meine geliebte Schwester, ich war nun eine Woche in Acon, sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masjaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wage ich nicht zu denken. Als ich Rom vor zehn Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn, zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der ein Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masjaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer, meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen des kalten Windes. Masjaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir den Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altaïr zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia. Sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen. Zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Vertraue und glaube, es ist ein estuvzeses